Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück bei Gerhard Rubenbauer in München. Ja, Glück ist relativ kurz, Brumme. 3 zu 1 steht es für den FC Bayern und die Bayern haben in der ersten Halbzeit hier clever gespielt, aber Frankfurt hat den Schönheitspreis gewonnen in den ersten 45 Minuten. Und die Bayern kommen auch jetzt wieder mit einem ähnlichen Spielzug, spielen heute fast wie auswärts mit der Auswärtstaktik. Weitgehend in der eigenen Hälfte stehen, aber ganz schnelle Konter und damit werden die spielerisch hier imponierenden Frankfurter eiskalt ausgenockt. So geschah es in den ersten 45 Minuten gleich dreimal. Frankfurt begann spielerisch brillant, Sonderbeifall von den 45.000. Und wer machte das erste Tor? Der FC Bayern in der neunten Minute. Und was für ein schönes Tor. Ein wunderbares Tor nach Matthäus Vorarbeit von Roland Wohlfahrt. Dann die beiden Youngster im Zusammenspiel vorne im Sturm, nämlich Michael Domenicke und Roland Wohlfahrt. 2 zu 0, eiskalt abgeschossen und das 3 zu 0. Ebenfalls noch einmal ein Tor. Wohlfahrt zweimal und einmal Michael Domenicke wunderbar gemacht. Und in der zweiten Halbzeit ein Sonntagsschuss von Thomas Berthold, dem jungen Mittelfeldspieler aus 30 Metern. Der Ball passte genau ins rechte Kreuzheck. Alles was schief lief im Sturm bei der Frankfurter Eintracht in den ersten 45 Minuten. Das wurde bei diesem Schuss wieder gut gemacht. Das war echter Glückstreffer zum 1 zu 3. Die Bayern kommen mit Lothar Matthäus, ihrem besten Mann im Mittelfeld, der dominierende Mann. Dann Norbert Nachtwey, halblinke Position, Torentfernung 20 Meter. Sieht sehr schön am rechten Flügel mit nach vorne kommen. Lieber und Klaus Augenthaler, der Zöger am rechten Stafrahmheck. Täuscht links, geht rechts vorbei an Martin Trieb. Und dann klärt der Frankfurter zum Eckball für den FC Bayern von der rechten Seite beim Stande von 3 zu 1. Es war 45 Minuten lang und auch in den bisherigen Minuten der zweiten Halbzeit ein hervorragendes Bundesligaspiel, abwechslungsreich. Und was will man als Fußballfan, wenn man mit dem FC Bayern sympathisiert? Und das tun die meisten hier in diesem Stadion natürlich eigentlich mehr, als dass die Gästemannschaft einen erfrischenden Fußball spielt. Offensiv, angriffslustig und die eigene Mannschaft macht wunderschöne Tore. Wechsel jetzt bei der Frankfurter Eintracht. Da nehmen sie ins Spiel Cesar Tobolick, also einen weiteren Stürmer zu Uwe Müller und Jan Svensson hinzu. Dietrich Weise versucht es jetzt mit drei Spitzen. Aber Eckball für die Bayern schwebt nach innen an den Elfmeterpunkt und wird herausgeköpft aus dem Münchner Strafraum. Dann am Frankfurter Strafraum zunächst einmal ist es Thomas Groth, der Libero. Dann auf der linken Seite Falkenmeier, der schickt den eben eingewechselten Tobolick. Erster Ballkontakt nicht erfolgreich, aber beim zweiten Mal, da besitzt er den Ball. Lässt ihn sich natürlich, wenn er ihn schon einmal hat, nicht mehr nehmen. Läuft dann gleich in die Rechtsaußenposition, wird wieder angespielt. An der rechten Seite Linie der Blondschopf vorne. Wenn so wenig Torgefährlichkeit ausstrahlt in letzter Zeit Uwe Müller, dann wechseln sie die Seite mit Karl-Heinz Korbel, der mustergültig verladen wurde. Er der Profi, seit zwölf Jahren ist er dies bei der Frankfurter Eintracht von Roland Wohlfahrt und dies gleich zweimal. Da sah der junge Spund eigentlich wie der Reife aus und der andere wie der Anfänger. Und Thomas Groth hätte um ein Haar jetzt in der Mitte der Münchner Hälfte den Ball verloren. Das hätte sich fatal ausgewirkt, denn es war kein einziger Frankfurter in der eigenen Hälfte und Sören Lerby hätte die Chance zu einem Konter gehabt. Aber hohes Bein gepfiffen, gestreckter Fuß von Sören Lerby und deshalb Freistoß für die Frankfurter Eintracht. Aber Torentfernung doch gut und gerne 30 Meter. Ralf Falkenmeier steht am Ball, heute bei weitem nicht so wirkungsvoll wie etwa Lothar Matthäus. Legt auf und wieder der Schuss. Der Schuss aus der Distanz von Thomas Berthold. Aber dieses Mal hat er den Ball bei weitem nicht so gut getroffen. Der 19-Jährige, der ja eigentlich seine Leerzeit bei Dietrich Weise insofern durchmacht, dass er auf allen Positionen erprobt wird. Letzte Saison rechter Verteidiger, dann heuer als Körbel verletzt war zu Saisonbeginn Vorstopper und mittlerweile im Mittelfeld gelandet. Was kann man sich als Lehrbub eigentlich mehr wünschen, als vielfältige Aufgabengebiete von seinem Trainer gestellt zu bekommen. Nach wie vor, nachdem in der zweiten Halbzeit jetzt gespielt sind, 17 Minuten, führt der FC Bayern mit 3 zu 1. Wir verabschieden uns aus dem Olympiastadion und geben zurück ins Studio. Danke nach München und in Köln steht es 3 zu 1. 56. Minute Liedbachski, der Torschütze gegen Fortuna Düsseldorf. In Oberhaus, meine Damen und Herren, wir wollen auch mal zum Spiel des Spitzenreiters Hannover 96 gehen. Stand es ja 1 zu 0 durch Burgsmüller, dann gab es einen Elfmeter zugunsten von Hannover 96, den schoss Giesel und den hielt Kleff. Und eben über diesen Giesel ist noch etwas zu sagen, Wilfried Mohren. Ja, denn der rehabilitierte sich zwei Minuten später, als er einen direkten Freistoß aus 18 Metern Entfernung ins linke Toreck setzte zum Ausgleichstreffer für Hannover 96. Also unentschieden steht es in der Zwischenzeit seit der 58. Minute, seit also dieser Giesel, Martin Giesel, den Ausgleichstreffer erzielt hat. Und da ist er schon wieder in der Nähe des Balles. Fast dieselbe Entfernung zum Tor wie eben beim Ausgleich. Vielleicht macht er jetzt ein weiteres Tor. Diesen Elfmeter von Giesel getreten in der 56. Hat also Kleff glänzend parieren können. Aber ansonsten war der Wolfgang Kleff heute nicht der Beste bei Rot-Weiß. Rot-Weiß Oberhausen hat sich schon den einen oder anderen Schnitzer erlaubt. Einmal ist er eine Ecke unterlaufen. Das sah böse aus, hat aber keine Folgen. Jetzt der Freistoß. Hartmann läuft drüber. Giesel schießt wieder, aber diesmal doch um einiges vorbei. Da rauft er sich zwar die Haare. Das braucht er nicht. Ansonsten spielt er nämlich sehr gut im Mittelfeld von 96 vom Tabellenführer, der heute hier einen Punkt mitnehmen will. Und wenn man sich die zweite Halbzeit einmal anschaut, dann ist das durchaus möglich. Denn Rot-Weiß Oberhausen hat nachgelassen. Und der Gast aus Hannover ist aufgekommen. Deutlich aufgekommen. Das Spiel auch schneller geworden. Aber auch härter. Das hat zwei, drei gelbe Karten in der zweiten Halbzeit schon gegeben. Und ja, in der Zwischenzeit weiß ich übrigens auch, wieso nur 2000 Zuschauer hier im Oberhausener Niederrhein-Stadion sind. Denn diejenigen, die ein Toupet zu tragen belieben, sind direkt zu Hause geblieben, denke ich mir. Bei diesem Sturm, vielleicht erleben Sie im Verlauf dieser Reportage noch mit, meine Damen und Herren, wie ein WDR-Reporter samt Mikro- und Kopfhörer hier vom Dach des Niederrhein-Stadions im Sturzflug aufs Feld runtergeht. Aber noch halte ich mich ganz gut hier. Es gibt Eckstoß für Rot-Weiß von der rechten Seite. Und zwar ist Jürgen Vloka rausgelaufen, der ein gutes Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen macht. Sehr viel Gefahr vor das Tor von 96 bringt über die rechte Seite. Und jetzt sind sie alle im Strafraum von Hannover. Vor allen Dingen die Hannoveraner Mittelfeldspieler, die jetzt diesen Punkt sichern wollen. Dann ist der Mittelstürmer. Dann ist auch Burgsmüller im Strafraum. Der 96er reckt sich da hoch, kommt nicht an den Ball. Kopfballabwehr, schön gemacht von Karsten Suhrmann. Dann noch einmal ein verbissener Einsatz auf dem rechten Flügel bei den Oberhausenern. Allig versucht sich durchzusetzen und dann wird noch einmal geklärt auf Kosten einer Ecke. Ja, jetzt ist Stimmung hier im Oberhausener Niederrheinstadion. Die Fans von RBO, die dort drüben in der Ecke stehen, die haben sich schon lautstark bemerkbar gemacht. Hier die singen sich richtiggehend warm. Und die sehen jetzt, dass von der rechten Seite der sechste Eckball für RBO hereingetragen wird. Und wieder ist es Vloka. Sieben Ecken haben wir für Hannover notiert. Jetzt ist der Eckball drin. Wieder ist Burgsmüller hoch. Aber da ist ein klein bisschen zu klein für diese Flanke. Oder die Flanke war zu hoch, je nachdem wie man es sehen will. Und Hannover im Gegenzug. Aber dieser Gegenzug endet bei dem lang aufgeschossenen Libero Paul Hahn, der ja schon mal in der Bundesliga gespielt hat. Genau wie einige andere auch. Burgsmüller, Vloka und der Torwart und Wolfgang Kleff. Also von den Namen her, da sind die Oberhausener doch reichlich bestückt. Im Gegensatz zu Hannover 96. Das ist eine sehr junge Mannschaft. Wenn man einmal von dem Spieler absieht, der jetzt zu Boden geht, weil er gefault wird von Gorka, dem früheren Essener. Das ist nämlich der Franz Gerber. Der ist böse erwischt worden da am Knie. Er muss behandelt werden. Aber unsere Sprechzeit ist ohnehin vorbei. Also es heißt 1 zu 1 im Niederrheinstadion in Oberhausen. Gespielt im zweiten Spielabschnitt. 21 und eine halbe Minute zurück ins Funkhaus. Ja, um auf die Haare zu sprechen, zu kommen. Wilfried Mohren war das von Dach des Niederrheinstadions in Oberhausen mit Naturhaar. Also ohne Dupé. 4 zu 1 steht es mittlerweile bei Werder Bremen gegen den HSV. Das 3 zu 1, 64. Minute Neubad. 65. Minute Meier der Torschütze. In Dortmund gehen die Lichter aus. 0 zu 2. 68. Minute durch Löw. Was ist denn in Bielefeld los, Oliver Thoma? Hier geht es auch stürmisch hoch. Auch ein Reporter mit Naturhaar übrigens. Aber ich sitze auch in der Kabine. Muss mich also hier auch nicht unbedingt festhalten. Stürmisch trotzdem weiterhin auf dem Spielfeld. So macht Fußball wieder mal richtig Spaß. Und das auch auf der Bielefelder Alm. Wir dachten hier, das ist ja eigentlich immer ziemlich langweilig, weil es meistens sehr kläglich war, was vor allem die Bielefelder geboten haben. Heute endlich mal wieder eine Rundum-Bundesliga-reife Leistung. Und das 2 zu 2 ist wirklich ein Spielstand, der der Partie auch gerecht wird. Jetzt allerdings die Gladbacher wieder im Angriff. Aber Brunz, der immer wieder mit nach vorne geht, hat sich aber zunächst vertändelt. Und die ganzen blau gekleideten Bielefelder sind Herr der Lage geworden und treiben ihrerseits den Ball nach vorne. Das Ganze noch in der eigenen Hälfte. Langsam rücken sie nun alle wieder auf. Übrigens ist inzwischen Stefan Pater nach langer Verletzungspause mit im Spiel. In der zweiten Halbzeit ist er nun für Rauti Einen ins Spiel gekommen. Und auch Uli Büscher ist ja erstmals nach langer Verletzung wieder dabei. Jetzt ein Flankenball eben von Büscher in den Strafform herein. Aber er wird eine sichere Beute von Uli Sude im Gladbacher Kasten. Unveränderte Szenerie hier. Es geht hin und her. Es ist spannend. Ja und Tore sind ja aufgefallen. 47. in der zweiten Halbzeit durch den Fernschuss von Kraus. Und Sigi Reich machte seinen vierten Saisontreffer. Nach einem herrlichen Alleingang war er erfolgreich für die Bielefelder Arminia. Also gegen seinen alten Verein Gladbacher. Aber da sind ja noch einige bei den Bielefeldern, die früher mal in Reihen der Gladbacher gestanden haben. Wolfgang Kneipp, Horst Wohlers und eben Sigi Reich. Und auf der anderen Seite ist es Ewald Lien, der lange genug bei Bielefeld gespielt hat. Also einige können heute hier wiedersehen feiern. Ich kann Ihnen das erzählen, weil es im Moment ausnahmsweise, muss ich sagen mal, nur Mittelfeldgeplänkel gibt. Die ganze Sache jetzt vielleicht etwas vorsichtiger. Und Gladbach hat im Mittelfeld den Ball verloren. Vielleicht die Chance jetzt einen schnellen Angriff aufzuziehen. Nein, jetzt haben sich die Gladbacher schon wieder formieren können. Das Ganze kurz hinter der Mittellinie. Pater führt jetzt den Ball und verliert ihn. Ein dummer Fehlpass. Oh, das kann Folgen haben. Aber aufgepasst haben sie dort hinten. Dirk Hupe war es und hat das Ganze zunächst einmal bereinigt. Es bleibt hier beim 2 zu 2 und wir geben zurück ins Studio.